Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. So, guten Morgen zusammen. Natürlich, natürlich. Wir werden diese Woche großes Indianer-Erdenwort das Feld 66 fertig machen. Aha, aha, aha. Es ist soweit. Silberblau, grüß dich. Habe ich irgendwie die Nerds anwarten? Ich muss hier nochmal ein bisschen umschalten. Das tut mir voll leid und so. Die ganzen Nerds sind aus. Tut mir echt leid. Tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. So, warte mal. Abfahrer hier. Abfahrer, Abfahrer, Abführer. Komm her jetzt hier. Was wartest du denn, Kollege? Da vorne ist... Da vorne gibt es was zu essen. Komm, komm. Wir gehen jetzt. Tabak ernten müssen wir auch noch machen. Müssen wir auch noch machen, ne? Fan24 und Leute, Dankeschön für dein Reset im dritten Monat. Vielen, vielen herzlichen Dank. Alpenflair, ey, vielen, vielen herzlichen Dank für deine 40 Euro. Dankeschön. Servus, Werner. Hier eine kleine Spende, dass du was zu essen bekommst. Ich danke dir vielmals, ne? Ich danke dir vielmals. Danke, ja. Ich sehe ja so schlecht aus. Ich bin so... Lass uns nicht drüber reden. Dankeschön. Ähm, und XXX, cool. Dankeschön für dein Reset im zweiten. Und Sushi, Dankeschön für dein Reset im siebzehnten. Fabian, Sulz, Dankeschön für den neunten. Servus aber dann, ne? Meine Güte. Wie gesagt, wir werden, äh, diese Woche auf alle Fälle mit dem 66. gefällt. Fertig. Wir schauen gleich mal rein, wie viel haben wir denn schon gemacht? Feld 66. 96 Prozent. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Zumal wir auch nebenan, ähm, ne? Das gleiche nochmal in grün haben. Das heißt, die 65 haben wir auch noch mit dabei. Die werden wir auch noch gleich machen. So, wenn der voll werden würde, können wir den schon mal abfahren. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Weil dann können wir schön direkt weiterfahren. Wir können aber eigentlich, äh, muss ich gleich mal gucken. Holen wir nochmal den zweiten. Wie viele Abfahrer sind das? Ich glaube, es waren vier. Äh, vier, glaube ich, sind unterwegs momentan. Ja, soweit ich das sehe. Vier sind momentan unterwegs. Ähm, das ist auch okay. Das reicht so, sagen wir mal, ne? Ähm, den werde ich jetzt nochmal einstellen. So, was ist dein Problem? Oh, da ist nichts mehr drin. Oh, das ist natürlich schlecht. Die Erde ist leer. Äh, wir können ja mal gucken. Das achte Weltwunder, Werner, wird mit der Saison fertig. Endlich. Wir haben lange drauf gewartet. Wir sind Bubu. Dankeschön für das Reset im 20. Vielen, vielen herzlichen Dank. Lass uns mal gucken, ob hier was drin ist. Randy, grüß dich. Guten Abend, grüß dich. Musst ihr was beichten? Was denn, dass du AD auf den Feldversuch geworfen hast? Das ist nichts Neues. Das habe ich schon x-mal gehört. Das weiß ich schon, Randy. Außerdem, Beichte geht immer mit einer dicken Doni umher, ne? Nur, dass wir uns verstehen. Ähm, 355.000 Kies und Sand. Warte mal. Wir haben doch best... Oh, ich habe bestimmt keinen ganz normalen Kurs, ne? Kiesgrube, ähm... Kiesgrube, Baustelle, Verkauf. Ist das ein kompletter? Na, jo, gucken wir mal. Das ist ein kompletter. Super. Das heißt, wir hauen hier die Erde raus. Und wir hauen hier die Erde... Ah, die... Den Sand und den Kies rein. Und lassen den erstmal wegfahren, 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 ne? Kohle ist Kohle. Ist egal wie. So, Kies hauen wir rein. Und dann hauen wir noch die... den Sand dazu. So. Jetzt müsste es passen, glaube ich. Ja, ich spiele auch seit Wochen im Singleplayer. Scheinbar haben wir hier nicht alle helle Kerzen gerafft und hab dich damit belästigt. Das tut mir leid. Ist okay. Ich verzeihe dir nochmal, Randy, ne? Aber ich bin... Naja. Ich verzeihe dir nochmal. Lass doch nicht mehr drüber reden. Kannst du dir mal einen DAF-LKW kaufen? Du, lass mal gucken, ob DAF standardmäßig im LS19 mit dabei ist. Nee, 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 nee. Jetzt tut mir leid. Es ist keiner da. Es ist keiner da. Was soll ich dir sagen? So, war das mit ihm hier? Ach du, was ist denn hier passiert? Komm raus. Irgendwie riecht sie verbrennt. Gleich geht mir eine Klimaanlage hoch, ey. DAF AKA Tatra. Ach so. So, warte mal. Was wollte man denn noch alles machen? Die BGA ist leer. Ui, hier wird aber rumgepult. So, hier wird abgeladen. Das ist sehr gut. Das heißt, unsere Mission wird wieder immer steigen. Sehr gut. So, da sind wir noch bei. Welche Felder haben wir denn jetzt eigentlich reif? Was können wir denn eigentlich jetzt noch abernten? Das wäre ja cool, ne? Wir haben die 1, 2, die 3, die 14. Ähm. Haben wir denn? Okay. Wir können mal auf die 1 oder auf die 3 fahren. Und da erstmal, würde ich sagen, den Weizen runterholen, ne? Gülle Baron, Grüße. Hallo, hallo, hallo. Wie sieht es mit Häxeln aus? ADKurs. Was hat das mit ADKurs zu tun? Wir haben momentan nichts zum Häxeln, glaube ich. Ne. Da wir alles so runterholen, haben wir momentan nicht so viel zum Häxeln. Schaffen wir das auf die 3? Ich will nicht schon wieder jetzt einen Wagen irgendwie holen. Kommen wir da rüber? Ich würde mal die rote Umleuchtung machen, ne? Pappeln. Ja, wir müssen mal gucken, ob die soweit sind, ne? Ich habe gedacht, du willst Mais häxeln, deswegen. Unfall auf A, Kurve, Umleitung wird ausgeschildert. Perfekt. Oh, davor haben wir jetzt aber gleich ein kleines Problem, ne? Das kannst du nicht vergessen, du, äh, darf gar nichts vergessen werden hier. Oh, nee. Nee, das kannst du knicken. Nee, 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 nee. Ja, wir sind live in der Aufnahme. Sechs Minuten haben wir schon, meine Damen und Herren. Ähm, wir werden jetzt mal ganz fix den Schneidwerkswagen holen. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Was ist denn auf der drei Weizen? Was ich da so richtig... Also, wenn ich jetzt hier den hier mache, ne? Ist Weizen drauf. Und Erntereif. Da ist er! Der, der... Es ist wieder Rikki-Trak-Time. Oh, oh. Werner... Ist... Was, Werner? Ist du dick? Hä? Den haben wir nicht verstanden. Ah ja, die Knutschkugel. Da ist er wieder. Grüße. Wie viel Akku haben wir noch? Ist ja noch fast voll, ne? Steht auch den ganzen Tag in der Sonne. Aber ich will den Tabak nicht häxeln. Ich will den Tabak ganz normal abhernten. So. Aber für Tabak brauche ich ja das andere Schneidwerk gleich für Körnermais, ne? Richtig? Chat, ja, ne? Nicht, dass ich jetzt wieder einen Fehler mache hier. Deutz, moin. Grüß dich. So, wir fahren tatsächlich nicht weit, nur so ein bisschen. Richtig? Okay, gut. Howie! Guten Abend, grüß dich und Dankeschön für dein Reset im 19. Grüß dich, mein Bester. Geht nur das Meistige. Okay, perfekt. Ich würde hier mal so ein bisschen ranfahren. Wirst du bei Lexion Dreschen bleiben oder komm mal ein anderer Drescher? Aktuell würde ich bei Lexion erstmal bleiben, weil die haben viel Geld gekostet. Bis wir da sind, wo wir hier sind. Heute hier sind. So muss ich es formulieren. Und deswegen, joch. Warum steht in dem Titel NF Schwitzmarsch? Weil ich schwitze wie ein Schwein. Deswegen. 30.000 Euro? Was haben wir denn gerade verkauft? Nicht, dass es war schon... Ah, nee. Okay, gut. Nichts gesagt. Kannst du auch Tabach-Häcksel. Ja, hast du es schon zweimal gesagt, aber irgendwie bist du der Einzige, der das so sieht. Pete 08 nimmt Grüße. Okay, es war Kies. Ich habe kurz überlegt, ob es schon Mais war, was zu viel abgeladen wurde. Weiß er deswegen. So fühlt es sich als so Switchwarming an, wenn du hier drin sitzt. Hier ist eigentlich der Laptop von ihm, glaube ich. Hier ist eine GoPro. 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 Okay, dann weiß ich ungefähr, wie es sich fühlt. Hm, cool. Klimanlage an. Klimanlage läuft. Deswegen ist es hier jetzt einigermaßen okay. Ah, ein Tablet. Stimmt, Tablet habe ich vergessen. Entschuldigung. So, warte mal. Fangen wir mal die Knutschhuckel ein bisschen vor. So, lassen wir den mal hier stehen. Da stört er jetzt weniger. Gucken wir mal hier. Wunderschönen Mais. 100% gedüngt. 0% Unkraut. Das ist perfekt. Das ist einfach nur super, würde ich sagen. So. Dann. Rinn damit. Stefan. Dankeschön für deine zwei giftigen Subs. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Weizen mit Weizen wechselt. Ne, es ist Weizen. Ach so. Habe ich Mais gesagt? Entschuldigung. Ne, es ist Weizen. Entschuldigung. Es ist Weizen natürlich. Ähm. Feld Nummero 3. 12,3 Meter. Das müsste eigentlich... Was machst du mit dem restlichen Mais? Das ist eine gute... Moment. Moment. Das war falsch. Glaube ich werde das jetzt wirklich mit 18 Meter... Mit den alten Sachen löschen. Das ist einfach... Ich wollte es drin lassen. Eigentlich. Aber es klappt nicht. Ihr habt das schon gesehen. Es klappt einfach nicht. Haben wir für die drei schon einen neuen Kurs? Ne, haben wir nicht. Wir fahren nochmal ein bisschen zurück. Der Maisweizen. Oder Maisenweiß. Du, ich sag... Es gibt nichts, was es nicht gibt auf dieser Welt. So, warten Sie. Äh... Feld Nummero 3. Hat er eh schon richtig eingestellt alles. Ne, danke, ne? Also, warte mal. Die drei. Vorher nennen wir mal zweimal. 36 Meter ist okay. Und die Kamera am Schneidwerk. Oh, das wäre noch geil, ne? Kamera am Schneidwerk wäre cool. Gab es im 17er, was ich weiß, ne? Da gab es Modelle. Da gab es Kameras im... Äh... An der Seite. Also ungefähr hier. Seht ihr das nicht? Äh... An der Seite vom Schneidwerk. Und es gab sogar Kameras oben im Korntank. Du, äh... Leon, das ist gut, dass du es ansprichst. Du kannst hier immer was lernen, ne? Ich sag's immer wieder. Du kannst hier einfach was lernen. Ist auch wichtig heutzutage, ne? So. Den speichern wir uns. F3. Dreschen. Mit... 18 Meter. Also so wie in real. Richtig, richtig, richtig. 66 ist abgeschlossen, meine Damen und Herren. Abgeschlossen. Ähm... Jetzt wird's spannend. Bildungszweck erfüllt. Und zwar, warte, jetzt muss ich mal gucken... Äh, was macht der da hinten noch nicht? Bäh, bäh. So, warte mal. Du hast erstmal Pause, mein Freund. Oh, wir brauchen den Abfahrer, ne? Haha. Naja. Man lernt nie aus. Ich sag's auch immer, ne? Party, du alter Schlingel. Du alter... Wie soll ich's nennen? Ich sag's nicht, ich sag's nicht. Ähm... Dankeschön für deine fünf Gifte Subs, mein Bester. Danke dir vielmals. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Und Bibi, guten Abend. Grüß dich. Mein Gott. Chat, ihr hättet mich ruhig mal an das Gras erinnern können, ne? Keiner sagt was wegen dem Gras. Wir müssen auch das Gras bearbeiten hier. No. Michi, machen wir gleich. Machen wir gleich, Michi. Martin, dankeschön für dein... Follow. Dankeschön. Man könnte in das Schleidwerk eine Kamera machen in der Lexion. Geht das nicht, weil das ein DLT ist. Du, Micha, ich sag mal so. Für diese Sache würde ich auch einen Mod-Drescher nehmen, wenn das möglich wäre. Ich häng nicht jetzt so an den Lexion-Dingern, ne? Wenn wir einen geilen Mod auf die Beine stellen mit einer Kamera drin, bin ich der Erste, der wechselt. Sag dir, wie es ist. Nimm mich beim Wort. Mach ich. So. Du musst das Gras mehr... Arthur, danke. Gut, dass ich dich habe, ne? So, die Pappeln wollen wir auch mal gucken. Ist nicht reif. Guck mal. Wachstum. Oh. Ja, schade, ne? Ich glaube, ich werde jetzt mal ganz vorsichtig, ne? Werde ich jetzt den mal zurückgeben. Das, glaube ich, kostet so viel Geld mittlerweile. Den könnten wir uns schon fast leisten. Oh, der bringt weiße Kies weg. Das freut mich sehr. So, du bist ein bisschen alleine auf weiter Flur, ne? Ich würde vorschlagen, dass wir den Kollegen hier schon mal nach Hause schicken. Ähm. Ein Prozent meistert sich auch perfekt. Weil der könnte eigentlich meines Erachtens bei Tabak anfangen, oder? Ähm. Du bist ein bisschen... Such dir einen Drescher aus und dann ist es machbar. Micha? So. Irgendwas ist ja komisch. La, la, la. Feld 65, das machen wir mit dem anderen. Weil dann müssen wir sowieso das Schneidwerk tauschen. Ähm. Ich muss zuerst unsere Felder machen. Weil die Missionsfelder, ganz ehrlich, lass die liegen. Das ist komplett egal. Das ist komplett egal. Dass, wenn es noch fünf Wochen dauert, unsere Felder sind wichtig. Und ich habe ja die anderen Felder nur gemacht. Klar, wegen Geld. Und natürlich, weil wir ganz viel, äh, oder beziehungsweise, weil wir für unsere eigenen Felder nichts zu tun hatten. Wir waren fertig. Und deswegen würde ich jetzt zuerst unsere Felder machen. Tabak ist wichtig, damit wir die nächste Produktion anwerfen können. Eins meistert ist fast voll. Äh. 55% ließ ich bei mir. Ob die Mission jetzt da eine Woche länger liegt oder weniger lang, das ist es. Also... Wir könnten versuchen, den mit Ade nach Hause fahren zu lassen. Das können wir gerne machen. Pflanzenschutzproduktion. Danke. Das Wort hat mir gerade ein bisschen gefehlt. Kannst du? Du kannst es nicht. Okay. Okay. Raphael Mohoin. Grüß dir. Was macht der Kredit? Wir sind auf null, meine Damen und Herren. Ich zeige es mal gerne nochmal. Null, nada, niente, nischt. So, der fährt nach Hause. Das ist schon mal gut. Weil dann können wir da mal gucken. Das Schnellwerk ist zu breit für Ade. Du hast recht. Okay. Äh, nicht so tragisch. Liebe Leute, für heute sind wir erstmal fertig. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen hoch. Wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt, kommenden Donnerstag zu einer weiteren Folge hier auf der wunderschönen NF Marsch. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.